Jetzt. Ja, ich bin Sonja Kümmerenke, das ist mein Beitrag zum Thema Machtkunst, die Hommage an Eva Schiele. Machtkunst, ja, meine Interpretation, ganz einfach, Künstler haben eine gewisse Macht natürlich, nämlich Kunst zu vermitteln, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Meine persönliche Interpretation, die alten Künstler inspirieren die Jungen. Im Vordergrund eben ein ganz bekanntes Bild von Eva Schiele, meinen, ja, mein lieblings Künstler. Und im Hintergrund eben noch mal zwei Figuren, das ist eben die Beteiligung. Ja. Ja. Und Bild ist 50x150. Ja. Eine Mischtechnik. Ja. Auf Leinwand. Mhm. Wobei mir eben im Vordergrund eigentlich immer die Struktur bei mir auszustellen. Ja. 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 Ja.